Hallo liebe Tastenakrobaten. 240 Songs für Klavier. Eine Sammlung bekannter Lieder für den ersten Klavierunterricht ist schnell zu einem beliebten Liederbuch geworden und so entstand der Wunsch nach mehr Songs für Klavier. Seid nun herzlich willkommen und eingeladen zu einer musikalischen Reise auf 88 Tasten rund um die Welt. Mehr Songs für Klavier. Das sind Kinder und Volkslieder aus aller Welt. Untertitelung des ZDF, 2020 Schanties Schanties Forksongs und Traditionals Musik Cowboy Songs Jüdische Lieder Kanons Lieder aus der Welt der Klassik wie Choral und Chormelodien, Romanzen und Arien Blues, Gospels und Spirituels Musik 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 Mehr Songs für Klavier. Über 200 international bekannte Lieder für Klavier ist im AMA Verlag erschienen. Ihr könnt das Liederbuch direkt beim Verlag bestellen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020